Zu meiner Linken sitzt Philipp Schwethelm, Basketball-Bundesliga-Profi der EWE-Baskets hier aus Oldenburg. So Philipp, und jetzt bist du dran. Wir haben ja einen Rollentausch gemacht. Ich durfte einen Tag wirklich so ein richtig hartes, knackiges Bundesliga-Training mitverfolgen und auch daran teilhaben. Schmerzt immer noch so ein bisschen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dir. Wir machen ja einen Rollentausch. Alles klar, was muss ich machen? Ich würde sagen erstmal, also du wirst ja quasi meinen Arbeitstag dann arbeiten als Smart-Geber von EWE. Eine Anmoderation. Ja klar, kein Problem. Wo komme ich hin? Okay. Aloha, Servus und Moin Moin. Ich bin's Philipp. Heute euer EWE Smart-Geber. Heute kurz und smart. Meine drei Lieblings-Apps. Also als erste App würde ich euch gerne die ESPN-App vorstellen. Die ESPN-App? Also ein amerikanischer Sportsender ist das? Exakt. Und ja, die zeigen halt von den Spielen dort, gerade in der NBA, was mich dann interessiert, die Ergebnisse am nächsten Morgen und die Spielzusammenfassungen, ein paar Highlights. Und ja, über die App kann ich morgens dann immer sehen, was meine deutschen Kollegen dort so gemacht haben. Kennst du ein paar von den Jungs eigentlich? Ja klar, mit Dennis Schröder, der hat ja schon einige Jahre in der BBL halt gespielt. Und dann zu sehen, wie er hier angefangen hat und dort halt in Atlanta spielt, ist eine coole Sache. Unglaublich. Ja, mit Dirk Nowitzki in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Dem Dirk? Ja. Dirk Kules. Und ja, Tibor Pleiß, mit dem habe ich viele Jahre zusammengespielt. Ist ein richtig guter Kumpel von mir und da interessiert es mich natürlich besonders. Okay. Meine zweite App ist die BQBBL-App. Die habe ich auch. Ach was. Warum spielt die bei dir so eine große Rolle? Ja, weil ich dort einfach sämtliche News bekomme einmal, die einfach so in der BQBBL passieren. Und gerade an Wochenenden auch dann die Spielergebnisse sehe und die entsprechenden Statistiken zu uns spielen. Und Baspa ist nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby. Und ja, das ist eine coole Möglichkeit, mich dort zu informieren. Okay, cool. Und deine dritte Lieblings-App? Meine absolute Lieblings-App ist die Spotify-App. Auf der kann man nämlich Musik streamen. Und wofür nutzt du die dann so generell? Ich höre sehr viel Musik. Die ganzen Tage höre ich zu Hause Musik, auf dem Weg zum Training im Auto. Und das Wichtigste ist, ich bin quasi Team-DJ. Verstehe. DJ Schwedhelm, oder wie? Yes, sir. So, Younes, ich weiß, dass meine Trainer über eine Verpflichtung von dir nachdenken. Wie habe ich mich denn so geschlagen? Also, mir fehlen die Worte, ganz ehrlich. Ich wähle dich definitiv safe direkt ins Smartgeber-Team. Du bist jetzt MVP des Smartgeber-Teams. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammen zu drehen. Ladies and Gentlemen, Philipp Schwedhelm von den EWE Baskets Oldenburg. Cool, dass du da warst. Alles Gute dir. Wir sehen uns in der Arena. Danke.